Ich möchte dir in den nächsten Minuten die vielleicht ultimative Technik vorstellen, Beziehungsebene, den sogenannten Rapport mit deinen Mitmenschen aufzubauen. Und dies weg von manipulativen Methoden, die manchmal gerne da draußen geschult werden. Wenn du ein Meister des Beziehungsaufbaus werden möchtest, dann bist du genau richtig hier. Du lernst jetzt das GFA-Konzept kennen. Das ist eine Erweiterung und Ergänzung des GVAR-Konzeptes, welches du vielleicht schon aus den Veröffentlichungen des Verbalen Aikido kennst. GFA wurde durch ein E ergänzt und die Hintergrundinformationen wurden für dich erweitert. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß mit GFA. Das Konzept ist GFA. Was ist GFA? GFA ist ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebetetes Kurzwort. Anders ausgedrückt ein Akronym. Die Wörter, die hinter diesem Akronym stehen, sind folgende. G steht für gehört. E steht für ehrlich. V steht für verstanden. A für akzeptiert. Und R für respektiert. Das GFA-Konzept ist vielleicht eine der wichtigsten Strategien, mit anderen Menschen eine Beziehungsebene bzw. den sogenannten Rapport aufzubauen. Wenn wir mal unser Umfeld anschauen, dann ist der Beziehungsaufbau für den einen eine schwierige Sache und vielleicht für die andere eine leichte. Warum ist es scheinbar für einige Menschen, ein leichtes Unterfangen mit anderen Menschen eine Beziehungsebene aufzubauen? Warum finden einige Kinder schneller Freunde als andere? Und warum sind uns manche Menschen spontan sympathischer als andere? Je mehr man sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt, je faszinierender wird es, diesem Thema auf den Grund zu gehen. Viele Bücher existieren da draußen, die durchaus zielführende Tipps zur Herstellung der Beziehungsebene liefern. Der eine oder andere kennt sicherlich die Technik des Spiegeln aus der Welt des NLP. Für meine Begriffe beinhalten einige Ratgeber über den Beziehungsaufbau eine gute Dosis an Manipulationstechniken. Ich möchte gerne einen anderen Weg gehen und komme damit zu einer wichtigen Fragestellung. Was könnte ein Kern der Technik des Beziehungsaufbaus sein, der abseits von manipulativen Einflussfaktoren funktioniert? Ich denke, dass wir uns mit dem GFA-Konzept diesem wertschätzenden Kern nähern. Lass mich die vier Wörter des GFA-Konzeptes quasi als Essenz vieler Veröffentlichungen zu dem Thema verwenden. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Konzept ein Geheimnis des ultimativen Beziehungsaufbaus darstellt. Okay, schauen wir uns mal im Einzelnen an, was die Buchstaben, was die Begriffe bedeuten. G. G steht für sich gehört fühlen. Ist es dir schon einmal passiert, dass dir ein Mensch folgende Sätze entgegengeworfen hat? Nie hörst du mehr zu. Oder Also du hast mir die letzten zehn Jahre nicht zugehört. Oder Im Zuhören bist du wie deine Mutter auf allen Ohren taub. Nun, wenn wir uns diese Aussagen anschauen, dann rühren viele von dem Grundgefühl her, nicht gehört zu werden. Viele Menschen brauchen gerade, wenn sie unter Stress stehen, die Ansprache dieses Grundgefühls. Gehört fühlt sich mein Gesprächspartner bzw. meine Gesprächspartnerin, wenn ich das Gefühl vermittle, dass jetzt im Moment nur der Gesprächspartner wichtig ist und damit alle anderen Dinge völlig zweitrangig sind. Jetzt einmal eine Frage an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wann fühlst du dich gehört bzw. wann fühlst du dich eben nicht gehört? Überleg mal kurz, bevor du weiterhörst. Du kannst das Band ruhig stoppen und mach dir mal ruhig mal ein paar Gedanken drüber. Wenn du willst, stoppe das Band jetzt. So, weiter geht's. Wenn wir gerade bemerkt haben, dass das Gefühl des Gehörtwerdens für eine zielführende Konversation wichtig ist, stellt sich die Frage, wie wir dieses Gefühl bei dem Gegenüber herstellen. Wenn du gerade kurz darüber nachgedacht hast, wann du dich gehört fühlst, dann sind sicherlich einige der folgenden Aussagen dir in den Geist gekommen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Interesse des Gegenübers nur gespielt ist. Oder, dass das Gegenüber nie Rückfragen zu meinen Aussagen stellt. Und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen war die Auflistung nur ein kleiner Auszug möglicher Antworten auf die Fragestellung, wann fühle ich mich nicht gehört. Wenn wir uns jedoch die Frage stellen wollen, wann wir uns im Gegensatz dazu gehört fühlen, dann müssen wir einfach die Sätze in das Gegenteil verwandeln. Aus, nur das Gegenüber redet, wird, ich konnte jederzeit ausreden. Aus, meine Aussagen wurden nicht aufgegriffen, wird, meine Aussagen wurden respektiert und angenommen. Oder, aus, hatte das Gefühl, dass das Interesse nur gespielt war, wird, ich hatte das Gefühl, dass ehrliches Interesse mir entgegen kam. Und so weiter und so weiter. Ich denke, du kannst nachvollziehen, was ich meine. Okay, das zum ersten Begriff. Geh, sich gehört fühlen. Kommen wir zu dem zweiten Begriff. E steht für Ehrlichkeit. Meine, eine ganz ketzerische Frage. Wenn Menschen lang und breit mit dir reden und du ihren Ausführungen zuhörst, tust du dies in der Regel mit ehrlichem Interesse? Reflektier auch da mal kurz drüber. Also, ich bin der Meinung, dass es fast unmöglich ist, eine ehrliche und funktionierende Beziehungsebene aufzubauen, wenn man selbst dabei unehrlich ist. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Unehrlichkeit bzw. Unaufrichtigkeit ist vielleicht das abstoßende Verhalten, das ich einer anderen Person gegenüber an den Tag legen kann. Wir Menschen lieben Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das Ganze geht sogar so weit, dass mir ein Mensch, der aufrichtig und ehrlich zu mir sagt, ich bin oder ich war ein Dieb, ein Betrüger, ein Taugenichts etc. mir sogar noch sympathisch erscheinen kann. Man könnte schon fast sagen, dass jede Handlung einer Person akzeptiert werden kann, solange diese uns auf ehrliche und offene Weise zugetragen wird. Warum stoßen uns Menschen, die unaufrichtig und unehrlich mit uns umgehen, so dermaßen ab? Ganz einfach. Wir alle wollen überleben. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir wollen wissen, ob die Begegnung letztendlich für uns eine, in Klammern, Lebensbedrohung ist. Vielleicht ist das auch der erste und wichtigste Hinweis in diesem Kapitel. Fange Interaktionen mit der Wahrheit an. Wenn Deine Glaubenssätze einer Person gegenüber Deinen Beziehungsaufbau behindern, starte damit, Deine Glaubenssätze dieser Person gegenüber zu hinterfragen. Versuche nicht an dieser Stelle zu faken. Hinterfrage Deine Glaubenssätze, Deine Gefühle der betreffenden Person gegenüber und die Resonanz auf Deine veränderte Grundhaltung wird Dir dabei helfen, eine gesunde Beziehungsebene aufzubauen. Meine Frage an Dich. Befinden sich Menschen in Deinem Umfeld, mit denen Du schon seit vielen, vielen Jahren eine angespannte Beziehung hast? Was hältst Du von der Idee, das nächste Mal, wenn es zu einer kleinen Auseinandersetzung mit dieser Person kommt, Du diese Person fest in die Augen schaust und sagst? Sag mal, ganz offen, wir beide mögen uns schon seit einigen Jahren nicht. Stimmt's? Wenn Du auf diese Weise vorgehst, könnte es sein, dass die betreffende Person aufgrund Deiner Ehrlichkeit erstmal ein wenig bestürzt und verwirrt ist? Nach einer kurzen Phase des Überlegens bzw. Zögerns wird Dir diese Person sehr wahrscheinlich genauso in die Augen schauen und sagen, Stimmt. Da hast Du vielleicht sogar recht. Und Du sagst dann wohl möglich, schön, dass wir das endlich mal ausgesprochen haben. Auf dieser Grundlage können wir doch jetzt neu starten. Es kann gut sein, dass Dein Gegenüber jetzt mit einem leichten Grinsen im Gesicht dir mit folgendem Satz antwortet. Stimmt. So können wir starten. Seid dann bitte nicht überrascht, wenn sich aus so einer Begegnung eine große Freundschaft entwickeln kann. Was hast Du in dieser Szene gemacht? Du bist offen und ehrlich mit dem Fakt umgegangen, dass Ihr Euch schon seit vielen Jahren nicht versteht. Mit diesem Kern der Wahrheit hat sich eine neue Grundlage des gegenseitigen Verständnisses gebildet. Und Dir ist es gelungen, eine neue Art der Beziehungsebene aufzubauen. Verbunden mit dem Begriff der Ehrlichkeit sind zwei weitere Begriffe. Das sind Authentizität, ich weiß, schweres Wort, und Verwundbarkeit. In dem vorangegangenen Beispiel, in dem Du offen und ehrlich angesprochen hast, dass Ihr Euch schon seit Jahren nicht mögen würdet, hast Du ein Stück weit Deine Deckung fallen lassen. Du hast Dich damit auch verwundbar gemacht. Auf jeden Fall hast Du authentisch gehandelt und endlich das angesprochen, was wohl beide Parteien schon lange sowieso gewusst haben. Ich mag den oder die nicht. Das Thema der Ehrlichkeit möchte ich noch mit einem weiteren Begriff verbinden. Und zwar, dass es der Begriff des Interesse. Jetzt mal ehrlich, wie oft faken wir unser Interesse, nur um mit dieser Handlung unsere eigenen Interessen nachhaltig zu verfolgen? Wir manipulieren mit dem gefakten Interesse. Wenn Du das so machen willst, mach es. Also ich möchte Dir an dieser Stelle neue Grundsätze anbieten. Schau doch mal, ob Du Dich mit diesen Grundsätzen vereinbaren kannst. Habe ehrliches Interesse an der Sache, die Dir entgegengebracht wird? Ehrliches Interesse an der Person, mit der Du gerade interagierst? Habe ehrliches Interesse an den Bedürfnissen, Meinungen und Beweggründen Deines Gesprächspartners bzw. Deiner Gesprächspartnerin? In vielen Verkaufsbüchern lesen wir die Empfehlung, dass der Verkäufer im Rahmen seines Verkaufsgesprächs sogenannte Informationsfragen stellen soll. Der Hintergrund dieser Fragen sind auf der strategischen Ebene zu suchen. Wir wollen Gründe herausfinden, warum der Kunde oder die Kundin kaufen könnte. Wir wollen herausfinden, wie wir am schnellsten Umsatz machen. Wir versuchen, den Kunden für unser Vorhaben zu qualifizieren. Im Grunde genommen steht unser eigenes Interesse im Fokus. Können wir hier von einem echten Austausch zweier Menschenseelen sprechen? Oder ist der Vorgang dann doch eher ein gegenseitiger Austausch im Sinne von Ich gebe Dir das und Du gibst mir das. Um ehrliche Beziehungsebene aufzubauen, brauche ich ehrliches Interesse an dem Gegenüber und nicht nur ein Interesse an den Dingen, die für mich drin sind. Bedenken wir bitte. Der wertvolle Gegenstand ist nicht das, was wir aus dieser Beziehung herausholen, sondern das Wertvolle ist die Beziehung selbst. Wenn es es uns gelingt, dieses ehrliche Interesse rüberzubringen, ein Interesse ohne Eigennutz, passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Uns gegenüber öffnen sich diese Personen und sie folgen uns. Und vielleicht wollen wir genau das erreichen. So, das waren die ersten beiden Punkte. Jetzt machen wir eine kurze Pause und ich komme zurück mit den restlichen Punkten. Okay? Deswegen habe ich euch jetzt hierher. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017